Was geschieht beim Schmelzen von arktischen Permafrostböden? Große Landflächen in der Arktis sind seit der letzten Eiszeit von Permafrost bedeckt. Unter Permafrost verstehen wir Eis im Erdboden, das im Winter den Boden bis an die Oberfläche geschrieren lässt und im Sommer oberflächlich einige Dezimeter weit auftaut, aber im Untergrund gefroren bleibt. Ein Teil der Wurzeln und anderer Reste der Pflanzen, die in der Arktis wachsen, bleiben als Bodenkohlenstoff im Erdboden gespeichert. Ohne Klimaerwärmung ist der im Boden enthaltene Kohlenstoff wie in einer Eispackung vor der Freisetzung an die Atmosphäre geschützt. Aufgrund der fortschreitenden Erwärmung der Arktis durch den Klimawandel taut der Permafrostboden im Sommer immer tiefer und für immer längere Zeit auf. Dadurch wird der im Boden gespeicherte Kohlenstoff zu Kohlendioxid und Methan abgebaut. Das austretende Methan begünstigt den Treibhauseffekt 25 Mal so stark wie Kohlendioxid und trägt so zu dem kontinuierlich ansteigenden Aufschmelzen des Permafrostbodens bei und befördert durch die Verstärkung des Treibhauseffekts das Aufschmelzen des Permafrosts immer stärker. Diese Selbstverstärkung nennen wir positive Rückkoppelung.